Jo Leute was geht ab jetzt willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und somit auch wieder zurück zu vench.io und zwar zur dritten folge von vench.io und ich würde sagen wir labern nicht lange rum sondern starten direkt rein in die runde let's go gehen wir rein da mit einem neuen skin auch tatsächlich wie man sieht ich zocke nämlich mit einem neuen skin und einem neuen waffen skin tatsächlich auch zumindest auf der einen waffe ich habe mich komplett auseinander genommen was für'n hondas da weg ja wahrscheinlich dick da ich dachte schon dass die hier sind Jau, Digga, der stand hinter mir. Jau, Digga, der ist ja... Hey, manchmal ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Ich bin mehr gestorben als Kills, Alter, ich hab 3 Kills und 5 mal geverreckt. Ey, Digger! Aaaaaaah Ich... 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 Jetzt ist aber selbst so gut Tschüssig Ob ich meine Hand tut weh ne Mein... Irgend... Aus irgendeinem Grund ist meine Hand einfach grad mies taub Ich weiß nicht warum Venom klingt geil, let's go Jaaa Jaaa Hm Hm Ok... Skit jetzt auf Oh 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 mein Gott Digga ich hab gar nicht gesehen wo der her kam jetzt Oh 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 Das war's für heute.